Moin Leute, was geht ab? Heute mit Damon am Start? Was geht's? So ein Tio? Ja? Wir hatten ja diese eine Bälle im Team, ne? Ja. Hier ist die höchste Team Liga Gold 1 und die höchste Solo Liga Diamant 1. Oh, Digger. Und die hat einfach 26.000 Profäen. Und alle Brawler. Ich will nur mal gucken, ne? Warte, wo ist die hier? Damon? Warte mal, hier ist die, ne? Digger, die hat ja wirklich alle Brawler und alle so hoch, Digger. Ja, Digger. Komm, lass einfach weitermachen. Ula palu, la palu, die ganze RK, RK, uuuhu. Und dann liked dieses Video und schaut bei Damon auf. Soll ich dich mal verlinken? Ja. Kannst du mich auch mal verlinken, mein TikTok? Leute, ihr wisst. Support ist kein Mord. Ja. Support ist kein Mord. Ich muss die Facecam hier unten hier machen, oder so, weil ich kann mich nicht mit den Sorgen. Kannst du mal messen? Nein. Digger kann ich nicht. Ja, wir haben gepackt verloren. Der war noch so gut, Digger. Der war noch so gut, Digger. Der war noch so gut, ne? Aber der war noch so gut, ne? Du kannst das verlieren, denn was? Ich weiß. Komm, ich war jetzt wieder hier auf die Bekarte. Auf ihn! Nein. Ich bin auf ihn. Ich bin auf ihn. Digger, den Ballet kriegst du auch. Digger, den Ballet kriegst du aber auch, ne? Ich gebe mich, den Ballet. Ich bin auf den Ballet. Auf ihn! Oh nein! Ich bin auch dauernd. Das ist, was der mich geholt hat. Wie viel Glück kann man denn haben? Wer hat denn mehr Typework-Schaden? Ich glaube, die Gegner erbt. Das haben wir verkackt, die eine Runde. Ich habe das auch, wo man so Flaschen, wo der so Flaschen wirft, ne? Und da kann man sich doch heilen, ne? Oh, ne! Die haben Spike im Team! Aber die Gegner haben Bill im Team! Oh, ja, wirklich. Oh, ne, der Telefon ist nicht. Würde ich nicht machen, Digger. Ich habe die, ich habe die Bill gerade da ungemacht. Oh mein Gott. Nein, 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 nein! Ach, Digger. Wie OP, Digger! Boah! Nein, ich bin tot. Wow, bitte gewinn ich noch, ne? Der ist am Ort. Das ist aber, glaube ich, nicht. Er kommt. Der hat mehr Typework-Schaden. das kannst du gewinnen und du hast einfach gewonnen er ist nicht die bots die da sind die sind aber auch wenn der münner Der ist ja richtig OP! Er muss sich nur an den Gegner reinführen und der macht Übertriebskitschein. Er kann aber jetzt niemals im Leben die Beine holen. Hätte aber fast! Einen hat er ja geholt. Jetzt gehts aber weg du! Digga! Alter! Kapiert Digga, der ist nicht? Das haben wir ja sowas von verloren. Na gut, da ist aber auch Bell, ne? Ja, einmal müssen wir nur noch gewinnen, dann habe ich ja auch die Quest fertig. Das wird diese Runde sein. Digga, warum dauert das bei dir auch so lange? Ja. Na jetzt gehts, jetzt bin ich drin. Ich bin Spieler gefunden. Ja. Ja. Nein, Byron! Aber wir in Search. Wir in Search mit ihm. Search mit ihm ist nicht mehr so krass. Am Anfang war ja okay. Oh, wenn man so eine Bots drin hat. Also ich hab's nicht mehr so krass. Komm her zu mir in den Busch rein. Ja, weil der Search hat auch einen geholt. Ich leine mich mal hier auf die Seite. Geh du auf die andere Seite. Geh du auf die andere Seite. Ja, okay. Geh. Geh du bis der und der Nitze wäre so ein und der und der weg? Ja, ne. Der war, der war, der war voll der Tapio, oder so. Nee, Mann. Okay, das gewinnen wir. Ja, die Hatschung. Ich hab meine Ulti, ich hab meine Ulti. Wollt. Also, teleportiert sich einer? Lebt. Ja, der Furch geht aber. Ja. Der darf nicht sterben, Digga. Oh, ich hab aber noch einen. Nein. Aber ich hab mir auch, der hat mir geholfen. So, ich hab eigentlich nichts. Hast du eine Truhe? Nee, ich hab keine. Ich auch nicht. Aber ich krieg, wenn ich dann das nächste Quest noch hab. Dann komm, Digga. Lass weiter jetzt machen. Ich spulste dann ein bisschen mit Sprout. Mit Sprout. Mit Sprout. Die Laufkantin in der Kombi. Oh, nee, wir haben so. Okay. Die Ulti, das Geld hat das voll krass. Das hab ich auch, wo er so eine Rakete ballert. Ich will das halt ultra-härten. Och. Der ist aber auch lost, ne? Ist er denn schon gegen der Lauf von den Gegner? Nein. Ist auch nur so. Der Brawler an sich ist heftig. Der Brawler an sich ist schadig. Aber sein Damage mit der, mit dem Gäste, also mit der Waffe. Hast du ein Custom Gadget fürs Brawler? Ja, ich hab... Ja. Ich hab beide, glaub ich. Ich hab beide Gadgets. Aber noch keine Star Power. Ja. Digga, der wird das gleich wieder so verkacken. Digga! Das ist so ein Lost-Star, oder? Ich muss mal die Facecam... Nein, ich muss die Facecam hier rüber machen, warte. Scheiße. Oh, was ist denn das? Scheiße, das schaffst du doch nicht mehr, Digga. Gegen die M's. Geh da nicht hin, Digga. Die hat die Rollteam. Ach, Digga. Ja, schaff ich nicht. Hm. Wie mies das auch ist, ne? Jetzt geh mal so'n Scheiß mit. Ich kann jetzt aber auch mal... Soll ich mal einen anderen Brawler nehmen? Ja. Warte. Danke. Ich hab mir kurz was zu essen. Und was? Äh, äh, ne Toast mit ne Toast mit ne Toast. Das hat man einfach mal so rumliegen, oder was? Nein, das hab ich mir grad verhofft. Ja, jeder kommt. Ich hab die Facecam auch richtig groß, jetzt. Man sieht nicht mehr nicht mehr die Hälfte vom Spiel. Nein. Sieg. Nein, Digga! Alter, geh da nicht hinter! Und die Banana macht es einfach. Das ist auch mein Tei, Brickshall! So Leute, ich glaube, ich beende jetzt auch dieses Video, Leute. Also Leute, haut rein, schau.